Neuer Stream, ganz gechillt mit den Jungs Auf YouTube? Hä? Auf YouTube? Ja, auf YouTube Alter, warum bekommst du keine Lachen? Hast du mir noch nicht mehr Follower da gelassen? Doch Echt? Ja, ich hab... Wadiswav Wadiswav Ah, jetzt hier Dive, siehst du? Oh, Ehre Danke für deinen Zapf für zwei Monate Andi muss jetzt aber in seiner Rink hoch Andi mach mal nochmal, wie du vorhin gemacht hast Nein, klar aus nicht Ah, okay, geil Wiss ich hab's direkt geliked, Patrick Einfach ein Ehrezuschauer Drohne ist bereit Oh, da ist einer im Gang Hast du, da war einer Drohne wird eng Jo, oha, der ist unten Der ist immer noch bei den Treppen Hier ist einer Frost Ich lade nach Ab ihn Andi hast du hier, äh, Frost Äh, dein Zero gemacht Bei fünf Bei fünf? Mhm Weil der im Gang war einer Digga, einer ist unten, Haupttreppe Die ganze Team ist einfach nicht vorbeigelaufen Guck mal, ob da links irgendwie Frost ist Ja, hier ist einer Puls Kamera tot Oh mein Gott Alarm über Haupttreppe, pass auf links Wie creepy Asami ist hier rum Der war mal wieder so'n harten Delay Der ist noch ein bleibender Gegner Boah, Asami ist hier rum, die letzte Entschärfer ist jetzt gesichert Wo ist der Weg, äh? Es bleiben noch 15 Sekunden Kommen wir aber irgendwo zu dir Es bleiben noch 15 Sekunden Es bleiben noch 15 Sekunden Es bleiben noch 5 Sekunden Es bleiben noch 5 Sekunden Entschärfer muss Aaaaah, schade Ja, Patrick Ja, Patrick ist ja bei mir dauert das so lange, bis du kommst Bis du kommst Das hängt wieder an Hast du mir überhaupt zugehört, Pati? Oh ne, ich war grad da trinken holen Stark Ich hab schon Ich hab schon Harten Cocky Lay Sports Ist doch nicht mein Problem Doch Ist doch okay Du bist ja der Streamer, okay Dann Light weg, Abo weg Hör auf, nein, hey, hey Ich brot den Fame Mach nicht, Streamsniper In Bereich Wo kommt hier nochmal Kalli hin? Ich mach es nicht Ach, sega, Kalli Zeit Geil Jo Ah, ne Verstärkenwahl Die blö Die Gegner haben eine Bombe entdeckt Verteidigt Es bleiben noch 10 Sekunden Es bleiben noch 10 Sekunden Noch 5 Sekunden Bombe vom Gegner entdeckt Aber jetzt muss man Eldstein abnehmen, ne? Also Platziere mein böses Auge Platziere mein böses Auge Wir machen mit Maverick auf Ich lade nach Ich lade nach Die Versuchende kann Auf, ne? Auf, ne? Auf, ne? Auf, ne? Alle treffen mein Ding nicht Ach, Digga, der ist so One-Shot Oh Gott Hier Jungs, Jungs Da ist noch einer Na, Digga, draußen ist ganz weit einer Ich hab einen Auf, ne? 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 Ich lade nach Brauche Deckung Musst du, Alter, nach oben gucken da, Patrick Oh, Digga Die kommen von One Ne, da ist eine Treppe Der ist drin, bisschen rausgelaufen Ja Wer ist Treppe? Wer ist Treppe? Auf, ne? Das wird Gridlock sein, glaub ich Ich muss nachladen Ob bei mir irgendwo Ja, gut, noch zwei Treppen Ja, gut, noch zwei Treppen Die ist raus dies bei den treppen nur noch 15 sekunden Baby, don't talk anymore! Baby, don't talk anymore! Baby, don't talk anymore! 27 minutes, Frankfurt! Ewa! Ewa! FFM 069! Ewa! 06, 069! Oh! Westen sind draußen! Böses Auge eingesetzt! Kommen! Achtung! Die Gegner haben eine Bombe gefunden! Das Batsch hier ist alle nach! Es bleiben noch 10! Böses Auge eingesetzt! 5 Sekunden! Bombe vom Gegner entdeckt! Nachladevorgang! 5 Sekunden! Benji bereitgemacht! Alle abplatzieren! 15 Sekunden! Garde soll ins Vergassin! Aua! ach digga ne konsulat fickt deine mutter wächst mit ja die wurde geändert hat das kontakt ja gut ja auch aber anscheinend jetzt noch nicht hier weg patrick der ist wieder oben am fenster ich bin unten ich bin unten oh no Oh, Digga, wie viel will er noch schlucken? Und drückt mir noch einen Helden hier Ah, er hat zählt Oh, Digga Mission gescheitert Ja, Eiming, ne? Hat er ihn getroffen, oder? Digga, Jolo, Jolo Bäh FFM B L FFM B L FFM Brrrrrr die kann sich nicht entscheiden die bomben sichern so und so Wir haben eine Munition! Nur noch 10 Sekunden. Fünf Sekunden. Die Schuhe müssen noch eine Bombe lokalisieren. Abwehrmittel eingesetzt. Benji bereit. Ah genau! Wie kann man so schnell sein? Ich habe keinen Bock. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Was? War einer drin, war einer. Ja, jo! Dicker! Nein, ist drinne. Ich war hier bei der 2. Also nicht ganz genau bei der 2. Alter, was war das denn? Ein Gegner verbleibt. War klar. Ist rechts von mir irgendwo hier. Am Fenster glaube ich. Ich habe ihn gesehen. Der ist hier auf der Seite. Oh mein Gott, Digga! Wahrscheinlich! Ach der! Das war grad bodenlos wie der mich geholt hat. Ich habe einen Aids gemacht glaube ich. Der interessiert keinen. Alter. Da hast du. Da hast du. Da hast du. Das war sogar clean. Die gab die den Doppleich hat's gesehen. Ja klar, ich habe nichts anderes zu tun als er außer für mich selbst zu spielen. Ich meine auch nicht dich! Hi, mein lieben 13 Kids, Digga! Digga, ich muss zum Training, hallo! Reicht langsam, lass mal verlieren. Nieder, egal. Ja okay, dann gebe ich dir jetzt nicht schon. Bitte. Digga, ich suche die ganze Zeit. Scheiß Handtuch! Technik-Fragen, Technik-Fragen. Hört auf zu streiten, bitte. Yodo. Er konnte mich gar nicht gesehen haben. Er drückt mir einfach Headshot. BMW stellt erste SUV mit Reservewagen im Kofferlo vor. Aber im Auto, noch im Auto. Achtet! Ein Bombsenscheideort ist in Gefahr. Gah! Ah, meine Brotation! Levering abziehen! Uh! Digga, war das knapp mit dem K-äh-äh-Kahit, Digga. Ich habe den Linken fast nicht getroffen. 10 Sekunden noch. Oh, wie groß ich bin, die Song ist so aus. Die Crew noch 5 Sekunden. Digga, was machst du da? Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Was? Macht euch angriffsbereit. Das ist ganz genau angesehen, du Victor. Na, wenn du das so willst. Raisin. Raisin. Das kann grad nicht. Chill doch mal. Oh, einer ist drinnen. Ja. Ja. Hört ihr von mir? Ey, die sind... Ey, Jungs! Drei Leute hinten! Ja, ist klar. Ist klar. Oh, Mann! Ich hab Bock! Oh, Mann! Der Bob Zinschärfer wurde erfolgreich platziert. Nein, ich bleibe am Geländer hängen, das könnte kosten. Jetzt alle zusammen weniger kills als ich. Was ist das? Ich fühl mich nicht, nein, ich fühl mich nur. Warte! Ey, Andi! Welcher Rang war noch mal in den letzten Season? Ja, Gold 1. Kuppa? Warte, war ich sogar Platin rein? Weiß nicht. Doch, doch, ich war glaub ich. Ja, komm. Warum stöhnt der jetzt? Du musst dich Alina nachmachen von gestern. Ey! Alter! Ja, aber jetzt mit mir in den WG aufmachen. Ach du Kack, Patrick. Bitte frag mich sowas nie wieder. Alter, wie sind denn die blaue Gang, Jungs? Wir müssen eine Bombe aufbauen. Blaue Gang, Alter. Ja. Okay, okay! Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Äh, Andi Bandi, Alter. Ja. Mann! Der Acer hat jetzt ein 1,5-faches Visier. Der Acer hat jetzt ein 1,5-faches Visier. Aber wenn der das da oben macht und ich da oben hinschieße, geht das kaputt oder nicht? Oh, Ani, Wollmarkt. Krass reinpfuschen. Danke, Herr Dörrn. Bis Einsatz. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Budget, wir müssen einen 1,5-faches Visier. Ja, ich habe mich auf dem Seite zu nehmen. Aber das ist schon drin. Oh, ist das immer wieder weg? Oh, was ist das lockers? Um den Kack, das ist um den Kack. Das macht ja das. Wie ist das? Ich würde mich wirklich ankommen. Genau, dass ich von da komme. Das ist so bodenlos, Alter. Der ist links. Lade neues Magazin. Komm, stopp noch mehr. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Ja, okay. Nein, die kriege ich. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Okay, ich bin ein. Oh Mann. Jungs, Sande bis heute Abend vielleicht. Tschüss. Alright. Tschau. Ich bin ein. Ich bin ein. Fünf Zuschauer, ne? Komm mal. Ja. Ja. Hier weht ein anderer Wind. Der weiß, was mich am meisten nervt, wenn du auf YouTube streamst. Ich kann nicht. Zocken dabei. Am Handy. So. Sogar sechs Zuschauer. Jetzt weht ein anderer Wind. Oh Mann. Oh. Andi. Lila. Nicht Blackbeard. Black Ice. Aber auch die Pistole von Kite. Ja. Oh. Undi. Ja. Ich hab 58 Prozent, ne? Zwischen. Alles. Äh. Pack. Wasser. Ach jetzt fängt. Dings hat angefangen, ne? Chant. Ja. Oh, jetzt ist schön Wasser gucken. Ich hab schon mitbekommen, wie selten eigentlich die Drop-Rate ist mit Black Ice Tarnung. Fertische Phase. 2 Prozent nur. Kass. Zum Glück. Hab ich schon ein paar Black Ice bekommen. Einfach die Drop-Rate. Ey, die Pistole von 5 wurde ja teurer, ne? Das ist ja auch ne neue. 550 und neuer allgemein aber ich meine die haben auch neuer wisst ihr wo ihr die günstigste ps5 holen könnt aber die cloud was aber die cloud in japan die da kostet die 450 und in der usa kostet die 480 euro dieser jeremy sand justel wie der oder wie der auch heißt der von mainz jetzt wird der ist gewechselt nach lissabon krasser lux hab ich gar nicht mitbekommen wie schnell war der normalen letzten fifa ich glaube ein neues temp oder so ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe ich will nie mehr boah man was soll überhaupt nächste season kommen in rainbow war doch neue map und neue deathmatch map oder neun neb ist jetzt auch schon aber 10 sekunden der urat eine bombe lokalisiert 50 tage 5 sekunden bombe gefunden gelangt zu ihrer position und entschärft sie hier unten ist einer hau wie los ist der ich mich für das magazin und niemand wird etwas hören achso wir spielen Klupe aus ich habe bis jetzt auch wieder mal nur die selben maps gespielt Ich finde es sind 2 Leute, bei der 3 Jetzt ist es mein Ranggang, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht Geil wäre, wenn man so Dings abdrückt Und dann sieht man, wie wir leben, die Mädchen brauchen Wo sind die hier denn die Gegner? Einer ist hier im Geländer Einer ist unten Ach man Ich habe einen entdeckt Aktiviere Adrenalin Hier ist einer, bei der 3 Das ist hinter dem Schärfer, muss zurückgeholt werden Der, ich habe gar nicht gehaftet Weil vor mir hat jemand geschossen, dann seitlich hat jemand geschossen Noch ein Gegner übrig Die war auch da in der Nähe Was ist er auch hier in dem Geländerbereich? Gut, ja, ja Ja, Jo Ja, Jo Pfff 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 Wir müssen eine Bombe aufspüren. 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 Wer war hier? Wir müssen eine Bombe aufspüren. 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 Alibi trillt Toilette hinter... Alibi ist weiter durchgezogen Wie kann man diese... Hier in dem Raum ist auch noch einer Direkt an der Tür und ist durchgezogen Hier ist noch einer, der zieht auf die Wand glaube ich Einer ist amino Oh mein Gott Der ist hinter dem Ding hier, zieht auf die Wand Ja der ist ja hier Ah ne, kannst direkt Der zieht auf Fenster schätze ich Alter, der steht zu Hause Boah schon wieder, ich sterbe zweimal durch eine Kapkanfallung Ja, ich bin doch heute so schlecht Und die ist auch noch da direkt Ach ich könnte kotzen Ich komm gleich Ja zweimal durch eine Kapkanfalle sterbe ich Das ist unfassbar Das ist unfassbar Das obwohl ich so gut gerade war Was hat das auch für eine Verzögerung Ich bin schon drin und dann geht die erst los Es gelingt Ich bin schon kurz Mit dem Ich bin schon kurz Ich vermute es Ich bin schon kurz Ich bin schon kurz Du hast noch drei Zuschauer Aria fragt, was in der letzten Season deine Rang war und wie heißt du in-game? Hat doch eine doch mal rein. Hab ich doch. Ich hab ja gesagt, keine Ahnung, welchen Rang ich war in der letzten Season. Und wie heißt du in-game? Das sieht man ja, hier habe ich schon gezeigt. Wen oder was habe ich schon gezeigt? Warte, kein Name. Zehn Sekunden. Wart gesichert! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert, macht euch Angst vor allem. Ups. Scherling in Stellung. Keine Reise treiben. Wart ist bereit. Kona platziert! Ich schieße ein random da durch. Banshee eingesetzt. Kamera wird aktiviert. Zehn Sekunden. Wer wird… Wirец. Ich bin. Sie sind unter. Kona plamp STAW. Sie sind unter. Sie sind unter. Sie sind unter. Gangeet ihr. Ich verstehe. Sie sind unter. Yo, Alter, wahrscheinlich Unten Unten Ich hab kein Bock Oh, da ist einer Jason, Sledge Läuft jetzt hinter Bett, glaub ich Mein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt Möch, Digga Natürlich bleibt er einfach da Das ist der erste, was wir in Köder tun alles nur frankfurt war es in city zu barca und nun ist die frühe rekordhalterin berlin hada ab rekords rekord ich bin rausgegangen aus versehen ohne euch ich bin auswärts rausgegangen und andy hat kein bock wie sollen die bei patrick ließ so gut an die will nicht mehr ich wollte gerade sagen bedank dich an der bedankt den drecks bruder der ich hab gedacht er wäre der treue supporter und mod samstag wahrscheinlich lukas und alex in vk warum es läuft leise geht hiphop rnb und dancehall so 37 grad ich hab kein fieber ja lukas muss am sonntag spielen ich sehe noch egal wenn er nicht auf der das ist stimmt so an den stream wir gehen rüber zu dead by daylight ja 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 ja